Ich werde die Porten öffnen, die Porten der Equipe Fähre auch, wenn du dich überraschst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, was ist los? Du siehst ganz genau wie ich aus! Oh mein Gott! Du bist einfach der geilste Typ! Ich hab den ganz gleichen Style wie du! Du hast einfach den besten Style von allen! Du bist der geilste YouTuber! Oh mein Gott! Alles klar, Bruder! Aber richtig korrekt! Du hast mein Merch an, ja! Bruder! Oh ja! Bruder, ich hab sogar deine Cap, obwohl die nicht mal draußen ist! Wie geil! Alles klar bei dir? Außerdem Bruder, wenn du denkst, das war alles... Nein Bruder, ich hab sogar den ganzen gleichen Haarschnitz wie du! Alter, du bist richtig krank, Junge! Ich hab einfach nicht gerade... Ich sehe gerade, wo Albel Lama wohnt! Oh mein Gott! Albel Lama! Ja, genau, ganz genau! Genau, der YouTuber! Okay Leute, um 20 Uhr gibt es dann auf Instagram die Auflösung, wo er wohnt! Ey, ganz ganz ruhig! Wir machen alle Fotos, jeder bekommt ein Foto! Okay, ja jetzt bist du dran, okay? Ja, wir machen gleich Foto! Gleich Foto machen wir, okay? Ja Junge, wo bist du eigentlich? Wir wollen ja alle ein Foto mit dir machen! Ja Bruder, Johnny sind's mein Name! Ja, schön! Ey Bruder, kennt ihr mal das neue Video von diesem Huf und so und Albel Lama? Ach Bruder, ich schau den Spassen gar nicht mal an! Richtiger Spass, die Junge! Boah, schau wie der ausschaut, wie ein Penis! So ein richtiger Hohlkopf! Richtiger Huf und so und ja! Boah, bitte schalt aus, schalt aus! Ey Mann! Ich will mal Dislike geben, Bruder! Ja, gib, gib! Schreibt in den Kommentar, du Hurensohn! Ey, ich bin richtig, du kleine Hurensohn! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bist du nicht Albel Lama? Ey Bruder, lass mal ein Foto machen! Bitte, bitte auf Instagram! Ich liebe deine Videos! Danke Mann, folg mir bitte! Danke Bruder! Ey Bruder, du bist doch nicht Albel Lama, oder? Hey Bruder, ich durfte gleich wieder zurück! Ey Bruder, können wir ganz kurz ein Foto machen? Ganz kurz ein Foto zeigen, ok? Ey, kannst du mal so Doppelpiece zeigen? Ja, mit beiden Fingern so Doppelpiece zeigen? Kannst du mit beiden Fingern so Doppelpiece zeigen? Ja Mann, cool Bruder! Ey, du bist der Beste! Ey, kannst du vielleicht sogar noch meine Schwester grüßen? Ja Karl, wie heißt sie denn? Äh, sie heißt Albiona! Nehmst du schon aus? Ja Bruder, geht's schon? Ja, hallo, ich bin Albion Lama, ich grüße mal Albiona! Pass auf dich auf und du wirst echt ein paar Lücken grüßen! Ey, du bist der Beste Junge! Ja Mann, ich freue mich, du bist einfach der Krüste! Ja, danke! Leute, bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, ja das Video ist von den, den, den! Leute, ich habe mich ganz normal von KS3Guardels inspirieren lassen! Eines meiner Vorbilder hier auf Youtube! Und ja, ist schon ein längeres Video von ihnen her! Und dachte, ich kann das ähnlich so nachmachen! Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da! Abonniert meinen Kanal viel mehr! Und ja, ich würde mal sagen, Peace out!